Boah, Nidalee ist auf die Mitte gekommen und Volibert hat gerade einen Tonbogen zerstört. Echt? Ja. So, jetzt. Nein, Nidalee ist jetzt wieder... Was? Was? Jetzt hole ich mir hier noch den einen. Ich hab ja wieder gestorben. Ich frag mich nur, wie die mich sehen konnte. Unverständlich. 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 So. Oh, oh, mag das. Guck mal, wer hier ist. Nidalee könntest du dir jetzt, glaub ich, holen. Habe ich nicht mehr, ich hab nicht das Ende. Schade. Warte, pass auf, ich komm durch den Fluss. Alles klar, ich greif an. Warte, komm her, komm her, bleib, 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 bleib. Schade. Ich hab drei Kills gemacht, ey. Aufgehalt. Auch nicht schlecht, ey. Da haben wir jetzt zwar ordentlich zurückgeschlagen, hier. Nice ey, drei Kills. Und ich hab jetzt 200 Fähigkeiten stärker. Oh, das war jetzt geil vom Yasur. Das war geil vom Yasur. Wo kam der jetzt her? Weiß ich nicht, aber er hat sehr gut geschaltet. Das hat mir jetzt das Leben gerettet. Tis Noob Timo Sub steht übrigens im Chat. Eure Stimmen sind die Geistel der Welt. Tch. Oh, der stoppt. Ah, der stoppt ja hier schon wieder. Fack, 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 fack. Für die Dunkelheit. Jetzt wohne ich ihn mehr. Gott, die Ash ist so dumm. Da ist er wirklich im Gras stehen geblieben. Ey, das ist der Wahnsinn. Die Ash, das geht gar nicht. Ja, wie gesagt, ich auch. Es ist schon richtig, dass du eigentlich Supporter spielen musst. Und es gibt im späteren Spiel, ich denke mal viele Zuschauer da, dass wir wissen von mir. Im späteren Spiel gibt es sowas nicht mehr. Wie, ich gehe auf die Botte und bin kein Supporter oder kein Edicary. Dann gibt es doch noch Edicary und Promo. Was anderes gibt es da nicht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Naja, aber es klappt trotzdem. Ne, es klappt halt später nicht mehr. Das ist ja das Wichtige. Das glaubst du vielleicht jetzt noch, weil du das wichtige Spieler nicht kennengelernt hast. Du bist ja momentan noch bei übelsten Noobs mit. Es klappt später nicht mehr. Wenn die Leute wissen, wie es ist, dann hast du auf einmal einen Vayne im Gegner-Team, die macht 200 Farben, dann hast du vielleicht, dann macht deine Ash vielleicht 200 Farben und du Klausel noch 50 Farben und dann warst das. Dann verliert ihr beide. Weil wenn euch beide countert. Das läuft so gut. Aber jetzt, guck mal, die Ash hat 63 Farben, ich hab 25. Und das sind 25 die Ash fehlen. Und damit kann ich... Das sind 2 Kills. Naja, aber so gravierend ist das auch nicht. Doch, das sind 2 Kills. Ich glaube nicht, dass er rafft, dass ich besser bin als er. Ich glaube nicht, dass er rafft, dass ich besser bin als er. Glaub ich auch nicht. Ihr werdet nicht entkommen. So, ich bleibe mal seinen Tower hier an. Guck mal, die verwendet... Kaum irgendwelche... Die verwendet kaum ihre Kugel oder so. Ich glaube, ihr Team hat einen Turm zerstört. Euer Team hat einen Turm zerstört. Weiß nicht, was die macht, aber... Hat Rabat uns so bes... Nee, du passt nicht. Oh, das passt schon. Aber ich glaube, der Yi ist AFK gegangen. Ich frage mal, wo er reportet werden möchte. Angst vor der Dunkelheit? Ah, ne, möchte ich nicht. Oh, ich brauche einen Moment. Moment. Ich brauche ganz schnell mal 100. 100. Und... Dankeschön. So, jetzt habe ich wieder 4. Ich habe keine Mana mehr. Ich habe keine Mana mehr. Nein, ich habe keine Mana mehr. Drei Stacheln und die Viecher sind tot, ey. Das ist so krass. Einfach mal gerade. Und mein Blue ist da. Wupp. Der hat keine Chance mehr, der Blue ist. Das ist so krass. Ich mache einfach alles down. Alles. Komplett alles weg. Du, weil ich auf den Geist tue ich jetzt meine Q machen und da hat sofort ein Drittel seines Lebens. So, ich glaube ich hole mal einen Dragon. Vielleicht fresse ich ihn sogar, wenn ich Lust habe. Ich... Monster... Ey, guck mal kurz zum Dragon gehen. Das sieht gerade voll geil aus, oder? Monster gegen Drache. Ich habe hier mal was gemacht. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, schnell, komm her. Oh mein Gott, komm her. Nee, das sind einfach zu viele, ja. Die Jinx kriegst du, oder? Ja, nicht wen Kragas und so noch hinten dran hängt. Hm, Charles ist gestorben, ey. Das war jetzt ungewollt. Ein Gegner wurde getötet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der mich dann auch so derbe krass verfolgt. Ich dachte nicht, dass der Dreier gleich kommt, dann hätte ich das... Hätte man davon geklärt. Ja, ja, das war der... Ein Verbündeter wurde getötet. Kommt ein Kragas auf den Mal her? Ich werde mir jetzt auf... Ich werde mir jetzt wahrscheinlich... Ja, weil Kragas auf seiner Lehne nichts reißen kann. Das machen die Leute manchmal, wenn sie auf ihrer Lehne nichts mehr hinkriegen, dann rennen sie einfach auf die nächste Lehne und versuchen dann auch irgendwas zu erreichen. Ich habe jetzt übrigens 330 Fähigkeitsstärke. Beim nächsten Mal wird es böse, wenn mir entgegentritt. Ich mache jetzt... Bei UnChampions mache ich jetzt... 705 absoluten Schaden. Ordentlich. Ne? So. Schade, dass das Fienden... Also dieses Zeug, dass das den Angriff von Shogart nicht noch erhöht, das wäre natürlich mega krass. Ah, ich glaube dann wäre Shogart wirklich ein bisschen sehr. Ja. Ja. Shogart ist schon echt geiler Jam, muss man sagen. So, ich gehe mal auf die Bot mir immer die Toppen mit Shogart. Das habe ich dir... Das habe ich dir immer gesagt. Ja, ich konnte ja mal anfangen nicht zu spielen. Ich dachte wirklich, der ist... Ich bin zu schlecht, den zu spielen am Anfang. Und deswegen habe ich es eingelassen. Nach einer Weile. Ja, du... Kröcke. Deswegen habe ich es eingelassen an einer Weile. Wie viele Sample denn hier auf einmal? Ja, lass ruhig alles dazu rum machen, dann kann ich hier mit Shogart ein bisschen farmen. Guck dir das mal an. Jax hier, Jinx hier, Volleybear hier, Tiederli hier. Und... Äh... Kragas. Alle. Verbet, alle hier. Und jetzt kommen sie alle hier rüber. Was geht denn? Was geht denn nur ab, eh? Wir hätten jetzt auch gleich der erste auf. So... Ash ist... BfK oder was macht die? Nee, ist nicht, glaube ich nicht. Also hoffe ich nicht. Weiß ich nicht, hoffe ich nicht, will ich nicht. Okay, ich gehe jetzt als nächstes auf... Ach, siehst du, ich habe gleich meinen Griff des Todesfeuers. Habe ich nochmal 10% Abklingzeit, das ist auch geil. Und wir uns haben noch einmal überlegen, ob ich die Flucht des Lichts reinhole mit mehr Mana und Lauftempo. Oder ob ich lieber... Ähm... Oder ob ich lieber... Wo habe ich den gehabt jetzt, ne? Mir noch den... Das gefrorene Herz mit Rüstung, Mana und Abklingzeitverringerung hole. Ich werde Ihnen... Hm... 30% Abklingzeitverringerung... ...und ich finde es auch krass, gell. Ein Verbündeter wurde getretet. Der Yasu wird... Das hat gerade ein bisschen... Ähm... Ja, die Leute vielleicht mal mitkommen. Ja gut, ich bin schon da. Okay, warte. Ich renne jetzt da rein. Und go. Ich renne jetzt da rein. Und... Oh, komm, 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 go, go, go! Schade, schade, echt schade. Was unser Motor ist. Wo nicht jemand fliehen? Ahha! Komm her, komm, jetzt gleich dran, caregivers! Apaaa! Komm her, komm her! Du stern-eeren Hey! ULL rectangularer Seite! Nein. Mehr sein Buch Ihr habt! H advise mich nicht. Hulle! Hilfe involvedером! Das war nix gell, der Biss macht ordentlich Schaden. Die Stimmen sind die Geister gewählt. Hättest du den nicht noch gehabt, dann... Ja, ich geh nicht ohne den Biss in so den Kampf 1, kannst du vergessen. Das ist das einzig, worum ich gerade eigentlich setze. Ich meine, ich kann zwar Leute hochwerfen und dann auch Schaden machen, aber der Biss ist wirklich so das ultimative. Und ich hab ne Abklingtheit von 35 Sekunden auf dem Biss. Lass doch das nicht, als wir. Ich komm jetzt mal runter auf die Botten, dann... Nee, aber ich kenn das manchmal, dann hat man gerade in den Windchen gefressen oder so. Ein Gegner wurde getötet. Nö, ich fress lieber Gegner, das ist lustig. Hey, wie hab ich jetzt... Ach, ging das an meinen Pilsen... ...gestrom. Auch schön. Jetzt stirbt die Niederlinie noch? Ich weiß nicht, was die echt macht, ich hab die nicht einmal ihre Ulti einsetzen sehen. Du machst mir keinen Schaden, Süße. Komm! Hallo! Hallo, du! Na? Wie ich ihn einfach mal gefressen hab wieder. Das ist schön. Ich muss aufpassen, ich muss echt aufpassen. Ich will meinen Feak nicht wieder verlieren. Rennt! Guck, siehst du das? Siehst du das? Ja, sie hätte ausweichen müssen. Rennt! Oh lol! Das ist doch noch! Alter, haben die noch gekillt, aber wie wir die gekillt haben! Hm, schade, ich wollte ihn ja nicht fressen. So, ich hab mein Maximein Feed erreicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Der Yi stimmt schon wieder, der Yi ist genauso wie er ich auch. Ein Gegner wurde getötet. Ja, 08 hat der, also der, wir müssen echt aufpassen. Wir sind so oft, äh, Nidalee ist gefeedet, Jinx ist gefeedet, ja eure Lane eigentlich. Naja, das ist hauptsächlich, weil halt, hm, ich ist schau. Das tat jetzt weh. Terminiert. Mal, guck dir das mal an, da gehen zwei Leute auf die Ash drauf, gell? Hm, und sie sieht sich nicht dazu veranlasst, aus direkt zu gehen, oder? Ich hab jetzt 400 Fähigkeitsstärke und hab jetzt noch Magieresistenz ein bisschen mehr geholt für die Nidalee. Ist zwar nicht viel, aber es ist was. Er hat noch Magier, äh... Und er hat mich grad mit ihrem Sperr getroffen, wir... Ja, Nidalee und Kragas, ich glaub ich hab ein bisschen auf Magieresistenz gehen. Eure Stimmen sind die Geistel der Welt. Wir haben eh keinen Tank. Ach noch, mein Plan funktioniert bis jetzt ganz gut. Ich hab Angriffsgeschwindigkeit von... 1,2, äh, 92. Die Kragas, die Kragas könnte ich gleich wieder fressen. Aber jetzt sind es hier eindeutig zu viele gerade. Ich brauch hier echt Hilfe. UNTERTITELUNG